Auch der zweite lange Tag der Politik, diesmal am 14. April 2016, steht wieder unter dem Motto Warum, wie und wen wählen? Diesmal, um fit für die Bundespräsidentenwahl zu werden. Get ready for the Hofburg lautet unser Newsgame und Workshop, der allen Interessierten die Möglichkeit gibt, sich spielerisch bestmöglich auf die Wahl vorzubereiten. Und dazu laden wir alle Schulen und Unternehmen mit ihren Schülerinnen, Lehrlingen, Ersträlerinnen und Mitarbeiterinnen ein. Anmeldung läuft ab sofort unter langertagderpolitik.at Neu im Programm diesmal ist auch unser Neuwahl Pop-Up Store. Das ist eine offene Anlaufstelle und ein cross-medialer Do-Tank von Neuwahl.com, bei der sich jeder in einer modernen und digitalen Atmosphäre am besten zur Wahl bei Workshops, Untertags- und Diskussionsrunden am Abend informieren und vorbereiten kann. Wir haben also sehr viel vor und dazu brauchen wir eure Mithilfe. Mittels Crowdfunding ermöglichst du kostenlose Workshops an Schulen, dem Pop-Up Neuwahl Store, sowie neue Formate im Bereich politische Bildung und Journalismus, um viele lange Tage der Politik zu ermöglichen. Jetzt unter langer Tag der Politik.at informieren und anwenden.